Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shakes & Fidget. Ja, heute habe ich ein kleines Thema für euch. Nachdem es beim letzten Video ja so viele positive Sachen von mir gab, möchte ich heute mal ein bisschen, naja, nicht ganz so überschwänglich über ein Thema reden. Und zwar die Twitch-Drops. Was sind das für beschissene Quests? Also das fängt ja schon mal gut an. Also, es geht darum. Man kann ja Twitch-Drops kriegen. Ich kann ja mal hier die Videos anmachen und nebenbei... Ach nee, warte mal, das klappt so nicht. Das läuft ja nicht weiter. Verdammt, okay. Dann müssen wir uns mal kurz die Werbung angucken. Und ihr kennt das ja bestimmt bei Shakes & Fidget. Die habt ihr bestimmt schon tausendmal gesehen. Also, bei den Twitch-Drops geht es ja darum, dass man bei Twitch was guckt, die Livestreams, und dann dafür Belohnungen kriegt. Das sind diese tollen Dinge, die man da kriegen kann. Einmal so ein Paket mit etwas Gold, Sanduhren, Lucky Coins. Das finde ich eine ganz nette Belohnung. Also das ist schon gar nicht mal so wenig. Da kann man ordentlich mit skillen mit dem Gold. Und die anderen beiden Sachen sind halt auch nett. Dann gibt es noch bei der Festung ein paar Ressourcen. Ist, denke ich mal, besonders am Anfang nicht verkehrt. Kann einem ein bisschen helfen, ist jetzt aber nicht super viel. Denn etwas Stein und, ähm, nee, Eisen und Kristalle ist auch okay. Kann man auch mitnehmen. Dann gibt es das Twitch-Eachievement. Das finde ich ganz nett. Plus 5 auf alles ist okay. Dann gibt es zwei Tränke. Ein Glückstrank und ein Ausdauertrank. Ähm, ja, also Glückstrank braucht man so nicht unbedingt so super dringend. Aber ist okay, kann man mitnehmen. Der Nachteil ist, die Tränke sind für null Gold zu verkaufen. Also da gibt es überhaupt nichts für. Das, ähm, finde ich ein bisschen schade. Also da hätten sie wenigstens ein bisschen, dass man, falls man einen Glückstrank oder einen Ausdauertrank nicht braucht, da wenigstens den verkaufen kann. So, naja, muss man halt reinwerfen. Und, naja, ist egal. Seelen gibt es auch. Kann man zu bestimmten Zeiten im Spiel am Anfang, denke ich, gut gebrauchen. Muss man halt recht gut teilen, dass man die halt kriegt. Oder den, ähm, Reward hier claimt, wenn man das gerade auch braucht. Dann gibt es noch den Rahmen. Ist nice to have. Muss man nicht unbedingt haben. Ich sehe jetzt schon viele damit rumrennen. Ja, ähm, das sind erst mal die ganzen positiven Sachen, die es da gibt. Oh, 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 halt. Ähm, bevor wir hier weitermachen, muss ich erst mal, wow. Oh, wie ich das hasse. Den Button könnten sie ein bisschen größer machen. Wie oft will ich hier mein Portrait ändern, ja? Aber wie oft muss ich mich hier umziehen? Also das Ding könnten sie ja mal ruhig, ähm, naja. Egal. Ein anderes Thema. So, ähm, ich muss erst mal einen Dungeon Fight machen. Ganz kurz gucken, was ich angreife. Ähm, der hier, also eigentlich wäre der Tower ja ganz gut, weil da würde ich dann gleich mehr Gold kriegen. Schaffe ich einen Level ab? Der gibt 213. Ja, da schaffe ich auf jeden Fall einen Level ab. Dann greifen wir mal hier in der Schattenwelt weiter an und machen die Schwarzschädelfestung so gut wie leer. Und, oh, 24. Das wird eng. Und besonders, wenn ich nicht krette. Das war mal ein Schuss in die Hose. Arena Kampf kann ich nicht machen. Und da habe ich die 10 schon. Ich greife mal schnell hier irgendwen an. Ich habe mir hier wieder welche auf die Liste gesetzt, um da das Equipment abzufahren. Und jetzt kann ich mich umziehen und in Ruhe weiterreden. Ähm, ja. Twitch Drops. Ähm, das Achievement, hatte ich schon gesagt, ist ganz nett. Gibt es auch ganz hinten hier im Sammelalbum. Plus 5 auf alles. So, aber der Nachteil an der Sache ist, um die tollen Dinge zu kriegen, muss man einschalten. Und das geht irgendwie nur bei dem offiziellen Kanal. Also es macht meistens dieser MoZone, der ist irgendwie einen halben Tag online auf seinem Kanal, streamt da zu sehr guten Zeiten. Aber dann gibt es irgendwie Zeiten hier, was ist das, meistens 17 bis 19 Uhr. Hallo, ja, ich bin 40 plus und habe Kinder. Das heißt, die sind zu der Uhrzeit zu Hause und noch nicht im Bett. Und da gibt es Abendbrot. Es ist auch Sommer. Da ist man vielleicht draußen auf dem Spielplatz. Also es gibt sehr viele Leute, die vielleicht zu der Zeit noch nicht da sind. Und es gibt nur da, die Dinge abzuholen. Was man nicht machen kann, ist sein Twitch anlassen auf dem Kanal. Und dann kommt das Ding und man holt es ab. Wenn man dann zurück nach Hause kommt. Ist vielleicht auch nicht die Erfindung, der Sinn dahinter, dass man das einfach laufen lässt. Okay, finde ich aber zumindest auch schon doof. Habe ich gestern probiert, gab 0% Fortschritt. Dann, ähm, weiteres Problem ist, man muss da wirklich super aktiv sein. Besonders bei dem ersten. Das dauert eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden und so weiter. Um die Dinge abzuholen. Also eigentlich, wichtig sind ja eigentlich nur die ersten drei. Aber die Tränke, den Ausdauertrank, nehmen, denke ich mal, viele auch noch gerne mit. Das heißt, da muss man schon einige Stunden immer da sein. Diese ganzen Aufzeichnungen von den Twitch-Streams gibt es danach online. Warum kann ich die nicht auch kriegen, wenn ich diese Videos gucke? Die kann ich doch, kann man doch irgendwie so einstellen, dass man die einmal guckt. Und dann kann man die Dinger auch, zählt der Zeit-Counter da auch mit. Aber nee, das geht nicht. Also normalerweise, ich gucke ja auch andere Twitch-Kanäle gerne. Da gucke ich die aber nie live. Weil live ist einfach scheiße. Was ist, wenn ich mal ganz kurz Pause machen will, irgendwo hin will? Dann, ich kann bei Twitch-Livestreams nicht auf Pause drücken. Ich drücke auf Pause, komme wieder, drücke auf Anpause oder Play und schon springt es irgendwie fünf Minuten vor. Und ich habe die Zeit, die ich eigentlich Pause gemacht habe, verpasst. Also brauche ich nicht Pause machen, reicht, wenn ich stumm mache oder was weiß ich, keine Ahnung. Also irgendwie Twitch ist ziemlich kacke, was sowas betrifft. Also live gucken, nee. Was man halt machen kann, ist einfach das Ding anmachen, nebenbei laufen lassen, wenn man da zu Hause ist. Und dann läuft es. Okay, das geht. Aber dann muss man halt, wenn der Drop voll ist, sofort das Ding abholen, dass der Timer weiterläuft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, seht ihr ja, ich habe hier irgendwie 77 Prozent. Das heißt, da laufen noch knapp, so weiß ich nicht, 20 Minuten, müsste ich das gucken. Und dann kann ich den Reward kriegen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das Ding anmache, da eine Stunde gucke, ist das Ding bei 100 und bleibt da voll und zählt noch nicht für den nächsten weiter. Also muss ich es erst abholen und dann fängt der andere bei null an. Also das ist echt knapp. Also man muss hier, glaube ich, irgendwie, was waren es, 18 Stunden oder so Twitch-Stream gucken. Man hat meistens nur einen Monat Zeit. Das heißt, man hat irgendwie vier Wochen, wo der irgendwie jede Woche, was weiß ich, acht Stunden streamt zu Zeiten, wo man vielleicht nicht immer online ist. Und das ist knapp bemessen, um da die ganzen Dinger zu holen. Also man kann es grundsätzlich schaffen. Letzten Monat war ich einfach mal zwei Wochen im Urlaub. Ich hatte vorher hier Achievements geholt bis zu den Tränken. Im Urlaub war es nicht möglich, da noch mehr zu machen, weil im Urlaub bleibe ich nicht einfach mal hier zwei Stunden zu Hause sitzen und gucke mir denn da die Twitch-Streams an. Und ich habe es versucht, ich habe mein Handy zu Hause gelassen, am Ladegerät angemacht und dann lief es los. Bin wiedergekommen, da hat er irgendwie nach zehn Prozent gezählt. Da dachte ich mir auch so toll, dann ging wohl mein Handy von alleine aus, weil ich nichts gemacht habe. Keine Ahnung, scheiß da. Naja, ging ja irgendwie nur um die Sälen und um den Rahmen, was mir jetzt nicht so wichtig war. Was jetzt auch noch, was ich noch nicht sicher weiß, was ist mit dem Twitch-Achievement? Was ja eigentlich ganz okay ist, aber ich habe es jetzt schon. Wenn ich es jetzt schon habe und ich jetzt den dritten fertig habe, zählt er dann gleich für den fünften weiter oder fängt er wieder hier an zu zählen? Ich gehe davon aus, er zählt wieder den, weil ich könnte ja auf einen neuen Server spielen und blapop, kack die Wand an. Ey, das ist doch scheiße. Ich will einfach nur schnell die Ressourcen haben. Okay, gut ist, das Wichtigste gibt es ganz am Anfang und die anderen beiden kriegt man vielleicht auch noch so. Aber das ist einfach sehr, sehr kacke, wie die das gemacht haben. Also mich regt es sehr auf, dass man irgendwie hier zu Zeiten online sein muss, wo kein Mensch wirklich spielt. Also ich spiele Shakes and Fidget den halben Tag lang. Ich bin frühs, werde ich, was weiß ich, sieben Uhr wach, bin da meistens kurz Kinder in die Kita bringen, online bis mittags irgendwann. Dann hole ich um 15 Uhr meine Kinder ab und dann mache ich auch was mit meinen Kindern. Und das ist genau die verfickte Zeit, wann die hier ihre Twitch-Streams machen. Und wie gesagt, es ist Sommer, da ist man draußen, als man nicht mehr in der Nähe und kann es nebenbei laufen lassen. Und selbst wann, wenn im Winter man zu Hause ist, da isst man Abendbrot meistens und ist nicht irgendwie da am Computer und schaut irgendwelche Videos. Wer denkt sich das aus? 17 bis 19 Uhr, hallo? Macht es zu normalen Zeiten. Von abends, was weiß ich, 20 Uhr bis 24 Uhr oder so. Lass das Ding einfach nachts durchlaufen. Macht es irgendwie, weiß ich nicht, nachts um drei. Okay, nachts um drei ist vielleicht auch nicht gut, aber da könnte man wenigstens aufstehen oder irgendwas, was weiß ich. Aber nicht jeden Tag irgendwie, weiß ich, drei, vier Tage die Woche zur selben Zeit. Macht doch mal da, was weiß ich, ein Tag, drei Stunden eher, ein Tag, drei Stunden später, dass jeder jetzt mal ein bisschen da reingucken kann. Aber das ist doch echt, ey, nee. Also, oh, das ist die Hölle. So, jetzt mal wieder in Ruhe, Checks und Finted hier spielen. Ich habe vorhin hier was Schönes gefunden. Oh, schau mir an der Brust für meine Kunigunde. Das kann doch nicht sein, die habe ich jetzt in den letzten Tagen dreimal gewechselt. Gut, das Ding werde ich wohl nicht wechseln. Das wird verschrottet, aber erst mal die nächste Quest annehmen. So, boah, das regt mich auf, ey. Das regt mich fast so auf wie Leute, die hier mir die ganze Zeit eine Abkürzung kriegen, ey. TLDA, ey. Boah, ey, wer sagt sowas? Okay, ich bin, wie gesagt, 100 Jahre alt und nicht irgendwie 12 und spreche hier in irgendwie cooler Shatter-Sprache. Aber trotzdem, ey, nee, ey, Leute, gibt es echt Gegenstandszerlegen und weiter. Wie kann ich heute überhaupt noch zerlegen? Äh, kann man es gar nicht sehen? Zwei noch, okay. Ähm, ja, ich habe jetzt hier ordentlich Epics. Gestern sogar noch eine Quest gehabt, wo ich ein Epic drin hatte. Das war hier der kleine Mantel. Ähm, ist eigentlich super schlecht. Hätte ich nie so jetzt mitgenommen. Aber ich dachte, Quest 500.000 XP weniger oder mehr. Hm. Habe mich dann entschieden, die Quest doch zu nehmen mit dem Epic, weil man weiß ja nie. Habe jetzt erst mal wieder sieben Epics hier drin. Ähm, habe ich heute schon was ins Klo geschmissen? Jupp. Habe ich schon gemacht und auch schon zerlegt, so wie es aussieht. Ähm, habe jetzt noch zwei Edelsteine hier, die ich mir aufgehoben habe. Es gibt gleich oder bald wieder einen. Ähm, Stein ist schon voll bei mir, das Lager. Oh, und ich finde keine Leute mehr zum Angreifen. Ich glaube, ich muss echt dann mal meine Kaserne ein bisschen mehr ausbauen. Habe jetzt hier auch keine Kämpfe mehr gespeichert von irgendwelchen Leuten, die ich angreifen kann. Die guten Leute, die ich angreifen kann, die sind alle schon weg hier. Der hat schöne Ressourcen, aber 50er Mauer. Das schaffe ich mit meinen Soldaten gar nicht. Oh, ja, den kann ich auf jeden Fall abfarmen. Sehr schick. Gibt es, nein, okay, 29er Mauer bräuchte ich hier sechs, nee. Ja doch, sechs Soldaten. Das ist doch ein bisschen, ah, hier, den guten kann ich auch noch. Der ist immer ganz nett, der hat schöne Ressourcen rumliegen. So, die Sache ist, oh, sehr schick. Das waren jetzt mal ein paar Kämpfe, die haben sich so richtig gelohnt. Sehr schön. So, also ich bin jetzt hier bei 10,7 Millionen Holz. Habe hier noch viereinhalb drin, also gut 15. Das heißt, für Festung 15 rechts auf jeden Fall. Aber ich werde heute Abend erstmal ein paar andere Dinge ausbauen. So, schön was abgeholt. So, welche Quest nehmen wir? Ja, die ist noch am besten. Und ich muss so langsam nochmal meine Pets finden. Ich habe ja letztes Mal, wo Pet-Event war, hier die ganzen Habitate bis auf Schatten freigespielt. Und hier muss ich eigentlich nur in den Gammelforst. Aber da war ich schon ein paar Mal. Leider gab es kein Pet. Und das auch natürlich genau bei Erde, was ja für Magier das wichtige Element ist. Weil da gibt es ja dann gleich ein Prozent mehr Hauptattribut. Was ja jetzt noch wichtig wäre, weil die nächsten 25 Stunden ich ja noch die Tränke drin habe. Und da noch schön die Dungeons ein bisschen pushen will. Da habe ich hier, wenn ich mal gucke, noch ein bisschen was, was ich schaffen könnte. Also selbst theoretisch ja so 20% Sachen sind noch recht gut zu packen. Aber wenn ich da fünf Trys im Schnitt brauche und dann sind das schon mal fünf Stunden weg. Das wird knapp. Ich habe jetzt hier auch schon, habt ihr ja gerade gesehen, hier auch schon verloren. Also das ist, man könnte natürlich da super toll reinpilzen. Aber man muss es ja nicht übertreiben. So, jetzt noch mal kurz das Equip wieder wechseln. Und rein. Ach nee, Arena wollte ich nicht. Ich wollte hier. Ja, ist hier vielleicht einer, den ich ein bisschen leichter besiegen kann. Wer ein bisschen weniger Hauptattribut hat. Der hat ja gar nichts mehr, was ich brauche. Dann kann ich den schon mal rausnehmen. Oder der hat jetzt seinen Farm Equip angezogen. Der Gürtel, der ist noch recht leicht. Der hat nur 15.000, aber wie ist die Waffe? Ist auch schlechter wie meine. Also eigentlich sollte ich den packen. Wenn ich mal gucke, okay. Habe ich meine Equip umgezogen? Hätte ich nicht auch mehr? Greife ich den gerade mit meinem Quest Equip an? Oh fuck, so knapp. So habe ich hier nur so wenig. Hätte ich nicht mehr gehabt? Ich dachte, ich hätte auch schon 15.000, oder habe ich irgendwas Falsches angezogen? Eigentlich nicht. Mysteriös kann ich jetzt erstmal nicht lösen. Ja, die Brust hatte ich überlegt, meinem Hoch Bertram anzuziehen. Plus 120, allerdings hat der einen schwarzen Edelstein drauf, der auch schon besser ist. Wenn ich hier den schwarzen Edelstein mache, der hat 251, das heißt 22 Punkte weniger. Dazu kommt, dass das andere Teil vielmal verbessert ist, also 36, da sind wir bei 90, 84 Punkten, die das Ding noch plus hat. Dann ziehen wir nochmal die, was hatte ich gesagt, 22 Punkte, da bin ich immer bei 60 Punkten im Plus, die der noch hat. Und da weiß ich nicht, ob es sich lohnt, dafür den schwarzen Edelstein reinzuhauen. Und, ja, aber eigentlich ja schon, oder? 60 Punkte plus sind 60 Punkte plus. Aber wenn nicht, dann jetzt natürlich beim nächsten Mal, naja, aber sonst schaffe ich vielleicht den Dungeon nicht. Mal gucken, ich habe noch, das hier sind alles so Einzelplayer, aber wenn ich den Turm erstmal packen will, ja, ich rüste den jetzt einfach aus. Ich habe ja nun nicht mehr so viel Zeit. Also, halt wegen den Tränken, so, dann haue ich denen mal den Stein hier rein. So, zack. Habe ich jetzt auch wieder mehr Platz im Inventar. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und, ähm, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt den nächsten Schlüssel in der Schattenwelt finde? Ich bin jetzt, das wäre dann der Zirkus. Da wären meine Chancen, die ersten beiden zu legen, auf jeden Fall noch richtig gut. Oh, hier der Magier, der wäre auf jeden Fall nett, aber davor wieder wird es schon eng mit den Prozenten. Und der Magier, wenn der down ist, finde ich auch den Schlüssel für den nächsten. Und da, ui, da kommen gleich zwei Magier. Also, da könnte man gut durchrushen. Da brauche ich auf jeden Fall mehr Tränke. Und mehr Tränke, da sind wir wieder bei den Twitch-Drops. Weil ich bekomme übermorgen einen Intelligenztrank. Und da hätte ich es gerne bis dahin geschafft, ähm, auch noch einen Ausdauertrank zu kriegen. Allerdings, da gestern das nicht geklappt hat mit den Twitch-Drops und ich hier nicht die Kiste vollgekriegt habe. Okay, das sind nur 20 Minuten, die ich mir da gespart hätte. Heute werde ich auch wieder nicht online sein, weil ich habe, wie gesagt, andere Pläne. Und das ist eine scheiß Zeit. Ähm, ja, also ich sehe nicht, dass ich diese Woche nochmal irgendwann online bin, wo das Ding läuft. Und, ach, ey, also wenn ihr irgendeinen Tipp habt, wie man bei Twitch diese Drops kriegt, wenn man einfach nur den Rechner anhat. Also, letztens kam da eine Meldung, ich muss die Seite neu laden, weil jetzt geht irgendwas los. Funktioniert leider nicht, äh, wenn man nicht da ist. Ähm, ja, leider, leider schlecht. Ja, oh, so, ich darf mich nicht aufregen. Denk an dein Herz. So, ja, also von daher, ähm, ich kann wieder angreifen. Ja, machen wir mal schnell, bevor da wieder jemand kommt, den ich nicht angreifen kann. Ja, Ressourcen brauche ich eigentlich erstmal nicht. Läuft soweit ganz gut. Ja, ansonsten, ich habe jetzt erstmal den anderen Ausdauertrank auch reingehauen. Das heißt, ich habe jetzt noch eigentlich zwölf Tage Zeit, um hier, den kaufe ich auf keinen Fall. Da kriege ich eh bald wieder einen geschenkt, ähm, über den Kalender. Das heißt, zur Not muss ich jetzt einfach warten, bis ich diese beiden Tränke wieder habe. Und dann die beide gleichzeitig reinmachen, weil nur einen reinmachen lohnt nicht. Und für Tränkeblättern, das lohnt noch viel weniger. In der Zeit kann ich auch noch ein bisschen hier, ähm, weiter skillen. Und jetzt am Wochenende kommen ja auch nochmal ordentliche Events. Da kann man auch noch ein bisschen was machen. So, ich muss hier mal langsam die Sachen mal auf, ähm, so bringen, dass ich hier ordentlich das hochpushen kann. So, dann bringen wir den erstmal auf zweieinhalbtausend. Oh, hier den kleinen auch noch. Lohnt sich zwar nicht, sind nur ein, zwei Prozent vom Gesamtumsatz, was ich hier mache. Aber ist schon nicht verkehrt. So, dann plus 100 und dann können wir den auch gleich auf 2500 ziehen. Super. Ähm, den Stuhl schaffe ich noch nicht ganz so hoch zu machen. Deshalb lohnt es sich da erstmal nicht, die Sachen rein zu investieren. Ich mache erstmal ein bisschen was in die anderen. Und dann kann man den hier auch noch ein, zweimal, gibt ja auch noch ein bisschen was. So, vielleicht auch noch dreimal. So, und der Rest wird einfach hier, ähm, ja, da reingehauen. Zack, alles rausgehauen. Ja, ich lasse es meistens immer so durchlaufen, bis ich hier so plus 10 Prozent habe. Weil meistens verplane ich, irgendwie dann drauf zu drücken. Dann läuft der irgendwie hier eine halbe Stunde oder länger mit nur einem Sitz. Deshalb ist es für mich effektiver, einfach nur das so zu machen. Also den hier noch ein bisschen schneller. Und den habe ich ja schon, den Speedboost extra gekauft, dass das nicht so oft passiert. Aber trotzdem, ganz oft sitzt der einfach da mit nur einem Sitz. Und das geht mal gar nicht. Oh Mann, ist das hier alles schlecht. Das wären dann wieder 900.000. Also kann ich gleich die 7,5 Minuten Quest nehmen. Ja, Werbung kennt ihr ja. Das ist der beste Weg, um die Lucky Coins zu kriegen. Ja, in dem Sinne, ich werde das hier nochmal mir anschauen und dann wieder mein Handy anmachen. Dann kann ich da ein bisschen besser Lucky Coins fahren. Mein Ziel wäre es jetzt erstmal irgendwie 10.000 Lucky Coins zu kriegen. Ich glaube, da würde ich mich dann erstmal ganz entspannt, entspannt zurücklegen können und sagen, so, jetzt habe ich Lucky Coins. Jetzt muss ich erstmal nicht hier jede Flimmerkiste mehr anklicken, wenn es gerade nicht passt. Ist noch ein bisschen entfernt. Ich glaube, gestern im Video war ich noch nicht ganz so weit. Hat ja heute wieder 200 oder 190 Lucky Coins ausgeben müssen. Bin jetzt fast bei 2.500. Das war eigentlich jetzt mein Vorurlaubsniveau, was ich so hatte. Und unter dem will ich auf keinen Fall fallen. Also eigentlich wäre mein Ziel jetzt erstmal 10.000 Lucky Coins. Und dann wäre es recht angenehm. Aber ich finde auch so ein bisschen die ganzen Währungen. Und warum gibt es hier jetzt Lucky Coins und Sanduhren noch extra? Warum kann man die nicht für alles nehmen? Also wenn man jetzt einfach sagt, okay, Lucky Coins streichen wir, wir nehmen Sanduhren. Sanduhren sind doch einfach hier bei anderen Sachen auch, um einfach mal die Zeit zu beschleunigen oder so. Hier beim Würfelspieler gibt es die auch noch zu gewinnen. Da kann man auch noch Sanduhren rauskriegen. Leider keine. Schade. Und die kann man halt auch im Laden kaufen. Also theoretisch, wenn ich unbedingt welche will, kann ich da auch im Zauberladen blättern oder so. Und Sanduhren gibt es auch bei jeder Möglichkeit auch eigentlich in Massen. Also wenn ich jetzt gucke, da habe ich jetzt 3.800. Und wenn man jetzt sagt, okay, man kriegt jetzt einfach dann für jede Flimmerkiste seine drei Sanduhren. Statt drei Lucky Coins. Und zack, fertig. Die kann man dann für alles Mögliche nutzen. Die kann ich zur Not auch im Laden kaufen für ganz viel Geld. Also hier gegen Euro. Also von daher, ich brauche doch hier nicht irgendwie 100 Währungen. Also die Lucky Coins wurden ja damals eingeführt, wo es noch keine Sanduhren gab. Von daher, okay. Aber wir haben hier so viele Ressourcen. Holz, Steinen, Sälen und was weiß ich noch. Arena-Manager-Währungen. Und schlag mich tot. Und vielleicht wäre es einfach mal ein bisschen einfacher, wenn man da was auch vereinfacht und dann, oder andere Möglichkeiten gibt, an Lucky Coins auch ranzukommen, die ein bisschen sicherer sind. Dass man auch an Zeiten, wo man jetzt nicht die ganze Zeit Flimmerkisten guckt, okay, da kann man jetzt ja Pilze einsetzen, um am Glücksrad zu drehen. Dann, ja, gut und schön, aber will man ja vielleicht nicht. Ja, ähm, Gilde, genau, da kann ich noch kurz was sagen, bevor ich hier Schluss mache. Ähm, ich kriege die ganze Zeit jetzt hier, also vielleicht kann ja jemand von euch tschechisch, vermute ich mal, weil die die ganzen komischen Schrägstriche und, ähm, weiß ich nicht, wie die Buchstaben hier über am S heißen, haben. Ähm, umgedrehtes Dach, ähm, vermute ich mal, dass das tschechisch ist. Ich hab keine Ahnung, was das heißt, ich trau mich auch nicht zu antworten. Ahoi, verstehe ich noch, aber dann hört's bei mir auf. Ähm, ja. Also, ich vermute mal, der fragt, ob ich in seine Gilde will, weil ich hab hier auch so ein paar anderen, und das find ich auch recht nett, jetzt fragt mich es andersrum. Erst kicken die mich, und jetzt kommen die wieder an. Und, ja, welche Gilde war das? Ich glaub, bei denen war ich auch mal, aber das war eher, ne, ne, weiß ich gar nicht genau. Aber die waren zumindest nicht so unnett. Also, was mir auf jeden Fall noch im Kopf geblieben ist, ist Thunderstorm. Ne. Da geh ich nicht hin. Und mittlerweile wurde sich's auch gar nicht mehr lohnen. Wir haben mal guckt, was die für einen Schadensbonus haben. Da sind die bei 29%. Ich hab, okay, Marquardt hat den nicht. 27%, ah, okay, da ist noch ein kleiner Unterschied, aber das, ähm, sollte sich bald geben. Hier sind wir schon bei 20, also der ist fast down und dann war 28%. Also, 1% Schaden lohnt sich da jetzt nicht mehr unbedingt. Wir haben einen super Bonus an schwarzen Edelsteinen. Und, ähm, das ist auch schon mal nicht verkehrt hier in der Gilde. Ähm, das haben, glaub ich, nicht so viele jetzt. Und Dritterhalle ist auch recht hoch. Da können wir auch noch mal kurz bei denen gucken. Falsche Gilde. Wir wollten bei Thunderstorm mal reingucken. Was die an Ritterhalle haben. Da sind sie 9 Punkte drunter. Ha! Und das, ähm, macht sich schon bei Merkur bei den Edelsteinen, ja. Also, da wechsle ich auf keinen Fall hin. Also, wenn denn, möchte ich in, also erstmal nicht die ganze Zeit irgendwie die Gilden wechseln. Und irgendwann wurde ich schon mal gerne wieder eine deutsche Gilde, weil, okay, jetzt schreiben sie natürlich gerade Englisch, aber ganz oft geht's ja auch polnisch ab. Und da verstehe ich dann kein Wort. Also, irgendwann vielleicht eine deutsche Gilde. Und da muss ich mal gucken. Hier sind ja, wo haben wir sie? Ähm, die Undead Army. Da war ich eigentlich ganz zufrieden. Und die sind ja auch schon, haben auch schon wieder ordentlich aufgeholt. Ähm, Ritterhalle ist noch ein bisschen drunter. Aber ich glaube, vom Schadensbonus 27, also wir haben, hatten wir jetzt 26? Ne, auch 27, also ziemlich gleich. Und ja, ähm, Ritterhalle ist jetzt nicht so super wichtig. Die Edelsteine, okay. Da habe ich gerade was anderes gesagt, wo es um die andere Gilde ging. Aber naja, wenn man halt jemanden nicht mag, dann sind Kleinigkeiten ausschlaggebend. Und dann nörgelt man an allem rum. Ja, ansonsten wäre vielleicht noch interessant Order 66. Die sind, glaube ich, auch deutsch, ja. Und haben auch ganz nette Boni, 33%. Aber da erfülle ich die Anforderungen nicht. Und da hatte ich mich damals, wo ich Gilden noch gesucht hatte, auch beworben gehabt. Außerdem haben die Anforderungen, die ich sowieso nie erfüllen werde, Top 3 Tränke, werde ich nie und nimmer immer drin haben. Ich werde da, wie ich es jetzt schon gesagt habe, halt ab und zu mal meine Tränke reinmachen, dann ein paar Dungeons durchrushen und dann die Teile wieder rausnehmen. Weil ich, also damals, wo ich noch jung war und Shakes and Fidget aktiv gespielt habe, da hatte ich es für sinnvoll erachtet, regelmäßig nach Epics zu blättern. Um ein bisschen up to date zu sein, um schön was zu machen. Aber mittlerweile brauche ich das gar nicht. Mein Inventar ist voll mit Epics und ich muss die ganz oft auch einfach so verkaufen. Warte mal, habe ich jetzt gerade mit dem Equipment die Quests angenommen? Das war ja dumm. Schnell noch einen Kampf machen. Und juhu, und runter von der Freundesliste, mein Freund. Plus eins, da kommt es hoch und schnell wechseln. Ja, und mittlerweile gibt es so viel Epics, also Event, wo man am Wochenende sechs Epics gratis kriegt. Dann Würfelspieler-Epics gibt es auch noch und das reicht eigentlich, finde ich, aus, um erstmal das zu haben. Und ich bin halt noch beim Überlegen dann, also wenn man jetzt überlegt, wie viele Pilze man investiert, um an Epics ranzukommen, da warte ich lieber bis zum nächsten Legendary Dungeon und hau da mein Inventar wieder voll mit Epics. Epics, Epics, Epics. Weil die meisten Epics kosten dann so 15 Pilze. Es gibt natürlich auch mal welche, die sind umsonst, also nur für Gold. Aber sagen wir, und das Gold fehlt einem ja dann auch wieder zum Skillen. Also das darf man ja auch nicht vernachlässigen, was so ein Epics einfach mal kostet. Und wenn man halt jetzt die Tränke nicht immer so aktiv drin braucht, weil die gibt es ja auch über den Kalender, dann ist das nicht unbedingt so super notwendig. Besonders wenn jetzt in die Gilde irgendwann den Portalbonus auf 50 hat, dann finde ich, gibt es gar keinen Grund mehr so richtig jetzt irgendwie immer die Tränke drin zu haben. Also vielleicht, na klar, dann hat man bei der Hydra bessere Werte und kann dann da vielleicht noch ein, zwei Stufen mehr machen. Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, den Aufwand nicht unbedingt wert. Ja, aber, also wie gesagt, 15 Pilze. Dann muss ich, was weiß ich, 20, 30 Mal blättern, vielleicht auch 50 Mal, um an den Epics ranzukommen. Selbst beim Epics Event. Und dafür kann ich mich auf jeden Fall schon einmal wiederbeleben beim Legendary Dungeon. Und da kriege ich eigentlich dann ziemlich sicher auch einen Epics. Besonders wenn man es darauf anlegt, auf Epics ranzukommen. Und man kriegt halt auch noch andere schöne Sachen, kann noch ein bisschen rumspielen. Macht mehr Spaß, als irgendwie Dauerfeuer draufzudrücken, bis hier jetzt ein Epics kommt. Ja, also das ist, fände ich, nicht unbedingt so sinnvoll. Ja, ich habe hier, oh, ihr merkt das Video, ich bin zu lange, ich penn gleich ein. Ähm, also, ja, ich bin, fünf Bier trinke ich heute noch, dann bin ich bei 65. Das heißt, noch vier Tage, da sollte der Edelstein auf jeden Fall drin sein. Freue ich mich schon drauf. In dem Sinne, ich penn ein, zu lange gelabert. Bis dann, ciao.